Gute Diggah! Gute Diggah! Gute Diggah! Ha! Hä? Oh! Drop it! Gim, du bittig meine Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Heute wieder Top 5 Plays. Ihr habt wieder zahlreich Sachen eingesendet. Die Top 5 Plays sind nicht nur One-Shot bezogen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Und an die 30 FPS Spieler, kauft euch eine Elgato. Sonst, ihr bricht mich. Meine Qualität bricht wegen euch. Versteht ihr das? Mein Spaß. Gönnt euch eine Elgato. Keine Ahnung, wie auch immer. Ist auf jeden Fall besser für uns alle. Ne? Viel Spaß mit dem Video. Platz Nummer 5 geht an Effe, an unsere Jungspund, die kleine Lufthoheit. Die kleine Biene, die da aus der Luft immer die Leute wegflext. Platz Nummer 4 geht an den lieben Tenko mit einem saftigen Triplehead. Platz Nummer 3 geht an den jungen Mann mit den geilsten Reactions. Ich küsse seine Reactions wirklich immer insane. Sky mit einem Five und Head there. Platz Nummer 2 geht an Primzy mit einem Geschmack. Störten Barra 5 on Times Two. Ja, ich muss warten. Warte, warte. Wenn gleich, wenn irgendwann nichts kommt, dann ist es raus. Go! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab Parra 5 und gleich zu geht es! Was? Oh mein Gott, Digga! Platz Nummer 1 geht an Sky mit einem saftigen Quad-Colette. Und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Checkt die Lobby-Granne. Das macht euch mal Sinn jetzt die ganze Zeit, Alter. Oh mein Gott, komm da jetzt. Oh Quart! Oh mein Gott, Quart! Oh mein Gott, Quart! Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab's dir gesagt, Digga. Sie kommen da alle. Ich hab's dir so gesagt, Digga. Oh mein Gott! Bis zum nächsten Mal.